Einen wunderschönen guten Morgen. Das Leben nach Twitter. Es hat so ein bisschen begonnen. Anstatt aber nach Alternativen zu suchen, will ich heute an RSS erinnern. Ich persönlich, ich zog nämlich immer viele tolle externe Artikel-Empfehlungen aus meiner Twitter-Timeline. Diese Artikel, diese Autoren und diese Publikationen, die sind natürlich nicht weg. Und wenn man sie findet, dann ist das RSS-Abo eines der besten Lösungen, um up-to-date zu bleiben.